eines der hauptziele von camp works ist es menschen dabei zu helfen ein besseres leben zu führen wir glauben daran dass es für fast alles eine bessere lösung gibt und diese wollen wir finden ich bin christian ich bin thomas und wir sind hier bei camp works unser vorzeigeprodukt ist der ns1 ein trailer für alle die das abenteuer suchen es geht darum alles was man braucht auf kleinstem raum unterzubringen damit man überall hingehen kann das ist der neue entwurf des ns1 wie viele zusätzliche solarpanels hast du eingeplant wir haben jetzt 5500 wattstunden der ns1 ist voll elektrisch und wird komplett mit solarenergie betrieben unser del power edge server ermöglicht uns maximale effizienz was das design und die technischen aspekte betrifft und er ermöglicht uns flexibel stets erreichbar und kommunikativ zu sein wir sind in einer sehr ländlichen gegend der technologies hilft uns immer gut vernetzt zu bleiben und auch in andere standorte zu expandieren das beste was uns als unternehmen passieren kann ist von der konnektivität und dem technischen fachwissen zu profitieren uns bei camp works ist besonders wichtig dass alle die möglichkeit haben sich überall wohl zu fühlen der technologies sorgt dafür dass wir unsere besten ideen an jedem ort umsetzen können man ist mit dem ns1 unterwegs spannt das vorzelt auf setzt sich auf einen stuhl und klappt den laptop auf willkommen in meinem büro raus in die natur unternehmen leben von menschen die ihrer leidenschaft nachgehen und jeden tag neue ideen umsetzen und sind keine grenzen gesetzt wir müssen nur unser potenzial erkennen und es auch nutzen